So, na dann. Oh, man sieht Schreiber, wa? Da scheinbar... Da scheinbar nichts gerade momentan so ein bisschen an Feind präsentiert durch die Gegend rennt und da alles in Ruhe lässt, kommen wir uns in den Turmzug zu holen. Ich vermute, dass wir den eher mehr oder weniger nur niederschlagen müssen. Das Therapium von Karanis. Oder Karanis, wie auch immer. Ich habe jetzt nicht genau zugehört, wie es aufgesprungen. Aua. Doch, scheinbar doch, witziger Fall. Moinsinn! Er wird bald wieder zu sich kommen. Ich bringe ihn besser schnell zu Theodoros. Wo ist er noch ein bisschen? Was ist das Schärtchen? Ach, wir müssen den nur noch tragen, den feinen Herrn. Jo. Was ist das? Ja, klar, macht mal. Ich war voll erschrocken. Ach, herrlich. Ach, herrlich. Ach, herrlich. klar das hätte ich meine hatte also keine mehr aber trotzdem also so sorry ich muss gerade zwischendurch bin ich noch was am nebenbei erklären deswegen kann das mal was ich weiß ja im display ist scheiße und die kämpfe ist doof und ich versuche mich gerade so ein bisschen drauf zu konzentrieren so da sind wir doch da liegt da bitte schön gedarm das ist er gut gemacht wir finden raus in der zwischenzeit bereiten wir den angriff vor einige unserer brüder sind westlich von so oder wenn man das auch lebt er sich gut in karen ist auskennt so wir haben ja wieder eine nebenquest wahrscheinlich jetzt damit die schuppen des krokodils sie sind immer noch hier mit den beiden dingen mission geheimnisse der ersten pyramiden er wollte man auch nebenaufgaben so warte mal ich muss gerade was haben das jetzt gucken der eiserne bulle jahre 40 übertreibt übertreibt junge tempel haben wir auch genug nebenaufgaben wird der budget rebellenangriff auch hier habe ich mit einem rebelle angriff okay so wächst guld aber wir haben noch die riten für anubis und die gehen wir dann sehr wahrscheinlich in der nächsten episode an bis dahin oder wieder sehen wir let's play es ist ein speed black ich blick flex sondern mein gott tschüss ja doch nicht kommen wir machen noch ein bisschen wir machen noch ein bisschen was sie machen aber hier trifft dich mit den anderen und warte auf meine ankunft ich kann nicht doch ich habe gesehen nebenbei noch den schatz finden sind ja ich kann nicht da ist doch was der höhleneingang ich kann nicht ich kann nicht ich 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 ja das war schon ich heute nur noch schneller ich ich das gerade nur so richtig dass der dass der gerade spielt die scheinbar gerade mitten in ihrer eigenen welt schon ich wollte ich gar nicht hören das war jetzt nicht meine absicht da meine intention das muss man gucken und ich habe noch was vergessen habe und heute haben wir ja habe ich irgendwie gefühlt am meditieren gerade ich wollte ja nicht gerade weniger nur mal ansonsten haben eigentlich gerade gar nichts zu tun ja ich versuche auch ein bisschen auf zeit zu spielen ich will die folge die mich unbedingt einstellig machen ich will die zweistellig machen also über zehn minuten deswegen ich mache momentan extra kurze folgen ist es also wie gesagt habe ich das angekündigt habe ich bin im urlaub und möchte jetzt ein bisschen material ausbringen und dann geht es erst dann wieder zurück sind also quasi in der nächsten woche wieder so richtig los du im die Untertitelung des ZDF für funk, 2017